Yo, mein Lieben, Yo, 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 Yo und Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Doch, was ist das? Der Busy-Server ist wieder online. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge. Crawling in my ski, crawling in my ski. Ja, Leute, wir spielen heute Sky Wars auf Busy-TV. Wow! Aber, Leute, Sky Wars auf Busy-TV ist ja nach einer langen Zeit wieder zurückgekehrt. Und Busy, Leute, wer es weiß, Busy ist der Server, auf dem man MLGs machen kann. Und deswegen spielen wir auch mit dem legendären MLG-Kit, was ich nicht erworben habe, aber komischerweise trotzdem habe. Ausblende raus! Ausblende raus! Das MLG-Kit startet mit vier Druckplatten, Superdruck, sechs Cop-Webs und 16 TNT. Und nicht zu vergessen, die hässliche Stiefschwester, der Wassereimer. Es lasst sich kalt. Arschloch! Der hat mich einfach überrascht. Was war das denn jetzt? Ich dachte, das wäre das erste Mal my mate gewesen. Das ist der Wahnsinn. Also, ein Scheiß. Und, Leute, ich glaube, dazu muss ich gar nichts mehr sagen. Zündung. Alter! Nice, Alter, deswegen liebe ich den Busy-Server. Ja! MLG activated! Oh Gott! Oha! Alter, die Fliege von Anachda! Shit! Wo ist der letzte? Da drüben, Leute. Ich zeige euch mal was. Dieses MLG-Kit hat nämlich eine krasse Fähigkeit. Und zwar, man braucht nur ein TNT, um richtig across the map zu gehen. Dem zeige ich's. Oha! Alter! Oha! Oha! Aber, Leute, da MLGs noch gehen, da sie noch gehen, muss ich das ja jetzt mal sagen. Das wäre ja langweilig ohne MLG-Challenges. Deswegen, Leute, rufe ich euch jetzt auf. Schreibt mir geile Challenges in die Kommentare, wo ich richtig coole TNT-Boost-Challenges machen kann. Und ja, heute spiele ich halt dann einfach mal so, einfach ohne MLG-Challenges, würde ich sagen. Hallo, ich bin Klaus Hittmach, einen Giga-TNT-Boost und versuche, die Runde zu gewinnen. Alter, Klaus! Yo! Ein Giga-MLG-TNT-Boost. Das wurde ja schon nicht mal gemacht, seit die Ära, der die Buddies zocken vorbei ist. Aber wir, wir werden den Giga-MLG-Boost schaffen. Das verspreche ich euch. Okay, Alter, wir haben 22 TNT. Also, ich denke mal, das ist genug, dass ich so einen fetten Giga-TNT-Boost aufbauen kann. Bruh. Hoho, Alter, es hat trotzdem geklappt. Nein! Leck mich doch am Arsch, Mensch! Leute, seht euch dieses prächtige Ding an. Nebelnick wäre stolz gewesen. Ich bin stolz auf dich. Mein Sohn, mach sie fertig. Nebelnick? Sohn? Jetzt erinnere ich mich. All unsere schönen Erinnerungen. Und? Zündung! Vater, ich werde dich stolz machen. Okay, da vorne ist unser letzter Gegner. Er baut sich da anscheinend eine Plattform. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich einen TNT-Boost mache. Und wenn wir den jetzt noch schaffen, Leute. Das wäre das Kron-Törtchen. Komm, Leute. Die letzten vier Druckplatten. Alter. Und die motherfucking Zündung. Perfekt gezündet. Haha. Zündung! Oh mein Gott! Nein! Ah! Leute, ich würde dann auch mal sagen, das soll es vor dem Video gewesen sein. Wenn euch das wieder gefallen hat, zeig es zu deiner Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos, Leute. Und ich muss ehrlich sagen, Digga, ich finde den Busy-Server so nice. Es lässt einfach dieses alte MLG-Feeling wieder so richtig aufkommen. Und ich hoffe, dass wieder so viele Leute diese MLG-Challenges und so machen, weil ich habe da ohne mal Bock drauf, Leute. Und da werden richtig viele Videos von mir dazu kommen. Das heißt, in nächster Zeit wird es mal wieder ein bisschen mehr Skywars geben. Aber Skywars kommt bei euch ja sowieso meistens gut an. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Mittag, schmau oder? Okay, nein. Haut rein! Macht's gut! Und ciao! Ciao!